Nein, ich zähle die Grenze bei Attentaten für Möchtegern-Gangster-Bosse. Zum Glück. Was wollen Sie dafür haben? Sie kriegen alles. Vaklav Koller. Welche Verbindung hat er zu Radic? Wenn ich das sage, tötet Radic mich. Sie sagten alles. Oder ist Ihnen die Alternative Liebe? Nein, 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 nein. Was Sie sagen, leuchtet ein. Okay. Radic hat ein augmentiertes Bein. Und Sie sind jetzt die fünfte lebende Person, die davon weiß. Ich beschaffe Radic sein Neuropozin und Koller wartet sein Bein. Im Gegenzug zahlen wir beide kein Schutzgeld. Radic schützt uns. Aber nicht besonders gut. Sie haben Glück, dass Otha mich geschickt hat und niemand anderer. Stimmt. Ich verlasse besser das Land, bis das alles vorbei ist. Und Louis Galois geht auch in Rente. Schade. Ich habe ihn wirklich gern gespielt. Versuchen Sie es das nächste Mal mit französischem Akzent. Das ist glaubwürdiger. Eins noch. Tibor hat gesagt, Sie könnten mich an allen Wachen vorbei ins Gebiet der Ark bringen. Stimmt. Ich öffne die Sicherheitstür im hinteren Bereich dieses Raums. Dahinter finden Sie eine Leiter, die Sie zu Ihrem Ziel führt. Alles klar. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Vielleicht kaufen Sie was als kleinen Beitrag für die Louis Galois Fluchtkasse? Ja, mal reinschauen. Zeigen Sie mir, was Sie im Angebot haben. Die beste Auswahl der ganzen Stadt, wenn ich das so sagen darf. Mal gucken, was er hat. Na toll. Na toll. Wie kann ich Ihr Interesse? Ich gehe dann mal wieder. So schnell? Ach, wie schade. Besuchen Sie mich bald wieder. Ich dachte, bei uns aus der Stadt verschwinden, du willst bald. Bye, bye. Botko Valley, hier ist Jensen. Ihr Problem im Utilek-Komplex wurde gelöst. Gut. Ich freue mich auf die Einzelheiten. Aber das muss warten, denn ich habe andere Dinge zu erledigen, die drängender sind. Ich melde mich in Kürze wieder bei dir. Ja. Perfekt. So, mit Glück. Größt reden. Das mache ich später. Ich gucke mir hier erstmal nochmal um, weil es gibt ja immer so viele schöne Sachen hier. Deswegen, ich gucke mich gerne hier immer wieder um. Wir haben sie zusammengekriegen, die Schafe. Wir machen weiter. Wir müssen direkt in der Brust. Schuwa, schnecht sie die grüßlichen. Ich gucke mich nicht mehr, wo sie nichts mehr tun. Dann müssen wir euch den Typen mal in die Schnauze schlagen. Das sind kein schlimmes Hemmeln. Wo ist es, was auf dem Spiel steht? Jensen, es ist einsam hier oben. Haben Sie ein Update für mich? Ja. Gefallen sind in Gollum City sowas wie eine Währung. Wir sind wieder im Geschäft. Ich bin jetzt unterwegs in einem Bereich, der die Kehle heißt. So komme ich direkt ins Arkgebiet. Verstanden. Ich informiere Miller, mache einen Überflug und checke die Gegend. Verstanden. So. Hier gibt es wohl nichts mehr. Ich hätte mich immer wieder aus sollen, bevor ich herkomme. Aber da kann ich rein. Ich habe schon wieder nicht danach gesucht und schon wieder finden. Das ist ein Problem. Und einige von Ihnen werden zurück. Okay, das ist das. Und ich bitte Sie, das nicht zu tun. Sie fühlen sich bestärkt. Ich weiß, dass sie verlangt werden. Wenn Sie wieder zurückzuholen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn du ein Klo suchst, kannst du auf die Straße pissen, wie alle anderen Wenn du Wirzbowski suchst, dann zieh ab Ich suche nichts davon Dann bist du sicher auf einen Deal aus, Großer. Mein Name ist Entity und ich habe die beste Tech in Golem City. Was darf's denn sein? Als ich reinkam, hast du einen gewissen Wirsbauski erwähnt. Wer ist das? Mein Ex, das Arschloch. Wir haben den Laden früher gemeinsam geführt. Dachte, du wärst einer seiner neuen Freunde. So wie du mich begrüßt hast, hältst du wohl nicht viel von seinen neuen Freunden. Nicht falsch verstehen. Die Ark tut viel Gutes im Ghetto, aber... Dein Freund ist jetzt bei der Ark? Ex. Und ich verstehe's sogar. Er wollte immer was bewirken. Die Ark sorgt hier drin für viele. Mit Essen, Kleidung. Sie geben vielen Leuten Hoffnung. Ich verstehe das. Aber irgendwas am organisierten Verbrechen macht mir einfach Angst. Du hältst die Ark für gefährlich? Nein. Weiß nicht. Vielleicht. Scheiße, wahrscheinlich. Aber mein Problem ist eher dieses kollektive, schwarmähnliche Denken. Deswegen habe ich auch nichts mit Religion am Hut. Und mit Buchclubs. Da wir uns hier immer besser kennenlernen, kann ich sonst noch was für dich tun? Wie kommt es, dass du Tech in Golem City verkaufst? Alle Bordelle waren voll? Also musste ich mit meinem alten Hobby über die Runden kommen. Welches Tech-Unternehmen hat dich gefeiert? Popsen Synthetics. Ich war Bio-Zellen-Designerin. Aber dann ist beim Zwischenfall ziemlich heiße Scheiße in meiner Hand explodiert. Ich kann nicht mehr so, wie ich will. Aber... Lassen wir das, Depri-Zeug. Ich komme klar. Wollen wir das Thema wechseln? Zeig mir, was du hast. Wenn du mich so zweideutig fragst, habe ich wohl keine Wahl. Gehegehe. Multitool. Hacken. Wollen wir das? New Quierus. das sind eigentlich die häufigsten sachen die ich benutze auch scheiße doch kein scheiße wollte ich einfach krieg ich mehr geld fällt mir ein weil ich meine prozien fahren ein fahrer als das dann bringt mir mehr geld gutes aussehen und einen blick für hightech mutter hat mich gewarnt hoffentlich kann ich noch was für dich tun verspricht mir aber dass du bald wieder kommst ich habe mich was ist nicht geholt ich suche mord und tot schlag aber danke bist du verrückt was zum teufel ist los mit es geht es back na super hey gerade ich dachte gerade schon scheiße ja Was ist hier denn passiert? Was ist hier? Anomalyse aufgestellt, Tracing-Programm initial zugriff gewährt.